Das mondänen Geruch sozusagen zu boxen. Also ich bin gerne in Berlin zum Besuch, ich habe viele Freunde hier. Das ist das zweite Mal, dass ich in Berlin boxe. Damals habe ich die internationale deutsche Meisterschaft gegen Jakob Saglam schon mal gewonnen gehabt hier in Berlin. Das war schon ein guter Wendepunkt für mich. Ich hoffe, dass ich so weitermachen kann bei meinen Kämpfen in Berlin. Ich habe mir gerade einen Sarge angeguckt, der sieht sehr edel, sehr hochwertig aus. Also ich glaube, wir können da eine sehr schöne Boxskala daraus machen. Und wenn das Haus voll ist, wird es bestimmt auch eine gute Stimmung geben. Ich bin motiviert, ich habe im Juli das letzte Mal geboxt und ich freue mich, dass wir so das Jahr 2016 einläuten.